Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist unglaublich, Ubisoft hat mal so eben das Basim Outfit gedroppt und das Ganze gibt es sogar kostenlos. Wie ihr das bekommt, erfahrt ihr heute im Video. Bei mir bekommt ihr solche News meistens als allererstes. Dementsprechend lohnt sich auf jeden Fall ein Abo hier. Aber jetzt jumpen wir ins Game rein. Und zwar ist das Ganze sehr, sehr simpel. Ihr öffnet einfach euer Ubisoft Connect Menü. Dort geht ihr in die Belohnungen und dann habt ihr gleich als allererstes bei den Ubisoft Connect Belohnungen das Outfit von Basim. Und da würde ich sagen, jumpen wir doch mal gleich rein und schauen uns das Set an. Hier, ihr habt es gesehen, ich habe es schon angezogen. Jetzt ploppt es bei mir auf. Und es sieht ziemlich nice aus, ziemlich klassisch. Ja, so soll dein Assassin Outfit aussehen. Wir gucken uns das Ganze im Detail an. Und zwar haben wir einmal hier Fenris Schnalle. Ja, das ist wahrscheinlich Fenris, das ist ein Wolf. Dann haben wir seine Wurfmesser, die er auch im Endkampf genutzt hatte. Und vor allen Dingen dann auch das Wurfseil auf der Rückseite am Gesäß, am Gürtel hängend. Und ein ziemlich schönes Set, ja, jetzt in der Kombination mit dem Kopisch. Sieht es schon so aus wie aus den geleakten Bildern, die man kennt von Basim. Sehr, sehr nice. Was haltet ihr von diesem Set? Habt ihr es euch schon geholt? Lasst es mich wissen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und außerdem sehen wir uns gleich auf Twitch zum Summer Game Fest. Schaut auf jeden Fall gerne rein. Twitch-Link ist unten in der Beschreibung bei mir. Da gucken wir uns die Spiele an. Über zwölf, soweit ich weiß, über zwölf Neuheiten werden da veröffentlicht. Unter anderem auch Far Cry 6 wird da vielleicht gezeigt. Denn der Hauptdarsteller von Far Cry 6, der Hauptantagonist, ist da. Also Freunde, kurz und knackig bis dahin. Tschö mit Öl und tschau mit Vau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017